hallo und herzlich willkommen liebe zuschauer zum neunten spieltag preview teil 1 hier aus mainz mainz gegen köln die abendpartie am freitag abend um 20 30 und wir sehen es regnet leicht ist es blutlicht und somit kann es ein sehr spannendes spiel werden für mich ist hier natürlich köln der leichte favorit denn die mainzer haben zurzeit mehr probleme als die kölner finde ich persönlich aber es kann natürlich auch hier ein langweiliges 0 zu 0 werden wir werden sehen beide teams freuen sich denke ich mal auf diese partie denn es ist ein sechs punktes spiel das kann man auch sagen es geht um den abstieg und wir sehen hier schon mal die aufstellung der mainzer mit einer vierkette spielten dann malung davor latzer und fernandes im mittelfeld büthius ist in der offensiven und im sturm sollei und koheson auf der anderen seite ist timo horn im tasten davor mit hektor eine viererkette ein zweier defensiven mittelfeld trägster und schindler im offensiven und modesto und cordova im sturm terror der im letzten spiel ja sehr gut gegen padewan gespielt hat erstmal nur auf der bank ja und wenn es euch gefällt könnt ihr gerne natürlich ein däubchen da lassen und ein kanal abo und dann geht es hier in die preview rein mainzer hat angestoßen spielt von links nach rechts in rot weißen trikots die kölner im ausweichtrikot im schönen köln design im kölner dom drauf von rechts nach links und wir springen in 15 minuten und die mainzer greifen die kölner greifen an mit cordoba und da ist müller und der erklärt erst mal zur ecke super schöner angriff von den spitzen der kölner mannschaft schön kombiniert und am ende ist halt müller da und kann den ball erst mal klären aber da sehen wir mal mit welchen bedingungen die spieler hier umgehen müssen die fans kriegen sie auch teilweise mit aber wir konzentrieren uns wieder aufs spiel wir sind ja 31 minuten und die kölner greifen wir haben mit schindler was für ein schöner strahl das war aus der zweiten reihe und da hat nicht viel gefehlt wie wir sehen können dabei müller auch nicht mehr dran gekommen wahrscheinlich der wäre schön links oben im winkel eingeschlagen wäre mal genauer geschossen aber jetzt kommen mal die mainzer sie greifen an über martin aron martin ist wieder fit und schießt auch so in der 34 minuten also der erste der erste erstzunehmende angriff der mainzer im eigenen stadion das zeigt natürlich auch die probleme zurzeit in dieser mannschaft 44 minuten und wir haben immer noch dieses beschießende wetter cordoba greift noch mal an in der nachspielzeit aber das dürfte gewinnen sein vier minuten gibt es in der nachspielzeit es gibt noch mal einen einruf für die kölner durch cordoba der findet erstmal keine anspielperson und jetzt ist der ball verloren und die meister können sich raus kombinieren vielleicht gibt es noch einen konter der muss jetzt auch schnell gehen mit latza mit soll und jetzt hat der schiri genug gesehen erste halbzeit ist vorbei wir gehen in die halbzeit pause sehen da uns natürlich die statistiken an und meister freut auch erstmal denn sie haben die erste halbzeit überstanden gegen starke kölner und da sind die statistiken da sehen wir es relativ ausgeglichenes spiel ich fand die mainzer schlechter als die kölner als es hier dargestellt wird aber gut es steht 0 zu 0 und bei dem was der zweite halbzeit so passiert im anschluss um 15 Uhr die vorberichtung vor uns auf händen gegen leicester city hier auf dem kanal martin tv 15 uhr wie gesagt bitte einschalten wir konzentrieren uns aber jetzt erstmal hier noch auf diese zweite halbzeit dieser partie und sehen dass die kölner schon wieder auf weg nach vorne waren aber der war nicht gefährlich der angriff und wir springen die 50 minute da kommt jetzt mal mit latza kweisson kweisson schießt da ist halloi da ist büthius super und das latza für mich war das eigentlich abseits aber gut anscheinend nicht 51 minute somit hier die erste chance in der zweiten halbzeit durch die halbzeit durch mainz durch latza und team hohan konnte zur ecke klären die ecke darauf 52 minute also sehen wir noch die ecke durch aron martin und es gibt elfmeter die scherie der scherie assistent hat hier wohl ein faul gesehen beziehungsweise der scherie selbst es gibt elfmeter für mainz das könnte die partie komplett hier auf den kopf stellen da sehen wir noch mal den zweikampf solo ist mit dabei und dann wird er ja das ist aber eigentlich kein elfmeter ganz normaler zweikampf luft zweikampf da können wir es noch mal sehen prosinski läuft an und trifft 1 0 53 minute mainz führt was für eine verrückte partie jetzt entstehen könnte denn wie gesagt der zwischenstand hier gerade 1 0 der spiegelt dieses spiel nicht wieder ganz sicher posinski mal wieder wie vor zwei wochen hat er ihn auch schon reingemacht und jetzt schon wieder posinski sehr starker elfmeterschützer wie reagiert es können sie müssen ja eigentlich nur weiter nach vorne spielen aber sie haben probleme wir sind in der 58 minute und die meister kommt schon wieder kriegt bild just dennoch den kriegt dann die müsste doch bekommen ja so ist es und er kann flanken bei der hand dabei bisher nicht bütius ist immer noch weiterhin arbeit die kölner können es nicht verteilen soll 2 0 60 minute 2 zu 0 durch den wiederkehrenden mainzer solo was für ein granaten kopfball das war wie ein strich keine chance für müller im kölner kasten was für ein strich hier können wir sehen man darf ihn aber nicht so frei stehen lassen und dann macht ihn halt hier soll er ganz mal locker rein und mainz sieht hier den drei punkten sehr stark entgegen es läuft sehr gut für sie somit hier also erst mal ist es 2 zu 0 die kölner müssen jetzt aufpassen dass es noch nicht noch schlimmer wird was man dagegen erst mal nix die die o'conter kweisson kweisson frei vor müller kweisson was macht der kweisson schießt er macht das tor 3 zu 0 die meister zerlegen jetzt hier die kölner zu hause nach einer schlechten ersten halbzeit macht ihr meins ernst und macht den deckel drauf kweisson mit dem entscheidenden treffer und er zeigt an ganz ruhig jetzt wir bringen das nach hause aber was für ein pass in die schnittstelle der mainzer abwehr ich bin der kölner abwehr und dann macht das kweisson hier natürlich gegen horn ganz safe das lässt er sich nicht mehr nehmen und somit ein 3 zu 0 81 minuten und wieder die kölner die mainzer und da ist man amt für das macht ja auch noch ein tor ist zwar eigentlich gelb gesperrt gelb rot gesperrt aber hier in der partie ist er noch dabei und da hat er wieder sie an mainzer sehr sehr viel platz im 16er die kölner kriegen das nicht hin zu verteidigen und dann steht es hier 4 zu 0 was für eine verrückte partie hier die kölner zerfallen aber mal sowas unkomplett und wie gesagt fernander ist eigentlich gesperrt bei mir darf er hier sogar noch ein tor treffen tor erzielen und es geht noch ein wechsel kweisson runter der hat sein dienst getan für dieses team und jetzt sind wir nachspielzeit und die mainzer greifen schon wieder mit so neu aber diesmal hat tor der ball und das dürfte die letzte als zu dieser partie gewesen sein wir haben noch ein paar sekunden hier nein haben wir nicht mehr denn der schiedsrichter pfeift ab 4 zu 0 gewinnt mainz gegen köln zu hause nach einem 0 zu 0 zur pause hat mainz angefangen nach dem halbzeit richtig stark zu spielen und die kölner komplett auseinander zu nehmen was für eine verrückte aktion und mal sehen wie die statistiken das widerspiegeln ich schätze mal die sehen es auf jeden fall pro mainz denn die kölner haben in der zweiten halbzeit gar nichts mehr gemacht da sehen wir mal die torschützen die vier stück und ja dann sehen wir uns noch die statistiken an bis gleich und da sind sie also die mainz haben in der zweiten halbzeit mal richtig das gegeben elf zu zwei schüsse aufs tor bisschen weniger ball besitzt aber ist nicht schlimm und sie haben vier tore erzielt was für eine starke zweite halbzeit und wenn ihr mehr solche spiele sehen wollt dann könnt ihr gerne hier ein däumchen und ein kanalabo da lassen würde mich freuen und dann sehen wir uns bei der nächsten preview wieder sie ist ja saufhemden gegen leicester city 15 uhr bis dahin sage ich tschau bleib sportlich und tschüssi kroski und tschüssi kroski